da bin ich wieder und ich mach mal die Musik bisschen sind schon Bäume gewachsen nicht dass ich sie auf jeden Fall die Steine sind fertig damit mach ich das jetzt mal wenigstens ein bisschen schöner weil das ist hässlich einfach hässlich nicht da ist man ein bisschen schöner ok hier muss so planen die Fert die Fert in der Firma ja egal äh der Klotz wollte ich ihr weg machen weil einfach so schwebende Klötze nicht gerade sehr hübsch das geht noch weil das hat so einigermaßen ein bisschen Style Style aber also sieht nicht so scheiße aus wie ein fliegender Klotz den ich gerade noch eben viel eckiger mache egal ich brauche eh nur das Carverstone dann mache ich hier noch ein bisschen besser die Ecken so so da noch da noch okay sieht immer noch hässlich aus aber kann nichts an erinnern ist halt ein schwebender Klotz dann wieder das ja es ist so ein bisschen mehr da äh der tt das war die Armbaum ist so ein scheiß kam warum es gewachsen da weiß ich so weit für kohle und was ist da sehen sich noch ein dschungelbaum ich habe ja genug wolle führen bett das kann einfach die nacht über schlafen gehen warum hat sich das mal bekommt stehen beuten nach der nacht ab so drei wolle der kommt hier die Wette sind viermal hin komplett schlafen gehen na 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 da war ganz schön viel glück dass wir jetzt schon so eine halbe Rüstung haben finde ich gut mehr Brot Brot für die Welt es ist so dass in der Nacht alles weiter geht also auch das so die Bäume weiter wachsen und so weil jetzt auf einmal sind da so viele Bäume ich hab jetzt mal aufsammeln von den anderen Baumen jetzt hab ich gleich keiner mehr dann war es das mit dem schönen Wald was war es mit dem Stein Prozent sind sie wenn es weiter geht und dies hat die zu dies die es geht nicht weiter so schwer um das weg also blätterter aber vielleicht und nacheinander gepflanzt hat also von zeitlichen her so viele man weiß es nicht anmunkelt und wo auch ich hab keinen Baum gefällt oh soo 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 ich gehe gleich in die Höhle und danach baue ich mein Haus ich habe ungefähr im Kopf, wie ich das Haus baue dann werde ich nochmal gucken, was ich da für alles brauche erstmal mache ich jetzt hier die Höhle schön, hoffe ich da nicht wirklich lange drin bleiben will oder ich mache doch erst mit einer Axt wieder ich habe hier, oder? ne, erstmal nicht erstmal werde ich hier nicht also wenn ich mit Haus bauen anfange, dann war ich mit einer Eisen-Dings so eine Eisen-Axt und eine Eisen-Dings ich hoffe, dann war ich in der Höhle und dann hoffe ich mal habe ich auch viel Eisen die Eisen-Dings noch eine Fahrt wir geht es nicht so was wir ja nicht gleich anröpfen okay Und da um aber die traurig bis zu werden wie in die irgendwie es sich aus ich brauche mit dienst um er und dienst um im effekt das gleiche ist das fett nennen so er hat vergisst ich brauche ein bisschen mit dienst und so dann kann ich mal gucken gehen beim NPC Dorf ob das ganze Zeug da schon nachgewachsen ist was ich da wie angepflanzt habe aber die Dorfbewohner irgendwie Prozent und die Dorf aber irgendwie Dorfbewohner dann wie er selber kaputt gemacht hat haben in ihrem eigenen Dorf was sehr logisch ist diese Rausis diese Rausis so 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 ich hab ja noch die ganzen Seeds mit sehr gut dann so 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 und von den und noch mal feld doch ich hatte gerade da werden die Tür im Berg aber sonst ist es uns anstatt ich hatte und leichte ich hab mich schon gewundert jetzt die Sonnen so konzentrieren dann gehen wir erst in die Höhle und ist näher um so um sie geht tippt tippt die kann ich die amal so packen für ein verdachter das bräuchte so das ist das nicht das würde ich da rein tun ich bin besser aus aus vier Fakten machen achten habe ich nicht mehr in der Hose brauchen sieben Stück KW auch nicht mehr also kann ich gar kein neues Rüstungsteil machen das ist ja auch zu schön das ist noch einmal Kohle da ist Kohle da ist Kohle das ist gar kein großer Baum nein kent alles zum Thema ich hasse große Bäume und so hier ist voll viel Eisen gut, dass ich da nicht draufgegangen bin gut, dass ich hier einfach mal runtergesprungen bin weil da oben noch Eisen war ich habe die ganze Zeit Zombies und Skelette habe ich auch schon gehört als ich nicht aufgenommen habe und da kommt ja auch ein Zombie ein Zombie mit Zombiefleisch jetzt gedacht ist hier noch was? nein, ist hier nicht, ok dann Cola-Po 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 Cola ist gut Cola ist gut gut wie Kohle hier ist und wieviel Eisen hier ist und wieviel alles hier, also nicht einfach Kohle Warum? Warum zum fuck? Mh hat der im Hintergrund eine Tür in der Hand ganz ehrlich, da bekomme ich die Tür auch nur Wunder bestimmt so ein Haus im Boden im Keller wie kommt der von da unten hoch von der Schieter schon voll der Schieter äh noch mehr Eisen Fieber und jetzt fertig Lomm, 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 Lomm Lomm, Lomm, Lomm Lomm, Lomm, Lomm Lomm, Lomm Lomm, Lomm Lomm ich glaube ich sehe die Gänge erst gerne mal aus und dann gehe ich von hinten nach vorne durch und fahre mal alles ab ok, alle Eisen das ist wirklich viel wirklich viel naja kann man sich nicht ne Schaufel draus machen das noch mehr Eisen na 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 ok, das war jetzt viel ich höre viele Zombies viele Monster ne Spinner rumkrabbeln das möchte mir gar nicht so gerne gefallen naja solange sie nicht hinter mir sind alle hoffentlich sind sie nicht hinter mir hoffentlich falle ich jetzt nicht irgendwo runter und bin auf einmal bei dem in der fetten, fetten Party alles zum Thema ich falle ja nicht ALTE was ist da los bei denen? bei denen läufst was ist das das ist was ist dann D wie viele sind das richtig ist das M alter ne ich so ein bisschen er wusste K Prozent K Prozent Euro die Sitzbohrn oder Sitzbohrn wenn er müsse umgehen zu wie Mara schreckt mich doch nicht so so scheiße das ist nicht gut 3 wenn die über den drüber gesprungen die Scheiße bin ich ihnen im Kopf schon das erste mal tot das ist ja auch noch Scheiße der kommt hier hoch hier ist noch soviel da ist wie ein Song meine Sachen mein Schwert mein Schwert mein Schwert meine Rüstung mein Noggle das ist mein Schwert mein Brot, meine Karotten meine Fackeln zum Ausleuchten das ist meine Spitzacke Schwert, Spitzacke, Schaufel, Torch, Brot, Rotten du fuck ah verdammt, das schreckt mich nicht so Kackviecher, dann geh ich halt mal wieder nach oben und guck was so abgeht, ein Quieber und schon tot endlich ist das Spiel mal ein bisschen schwieriger Schwieriger, schwieriger schwieriger das ist mein Hintergrund ist immer Ojin muss ich gleich mal ausschalten jetzt hab ich aber keine Lust drauf wie einer on geht und wie einer auf geht wie einer anfängt ein Spiel zu spielen wie einer auf hat ein Spiel zu spielen wie einer auf hat ein Spiel zu spielen so 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 ich hab die ganze Eisen verloren das wär ein bisschen doof gewesen ja zum der zum das das ganz jetzt war kein còn Oh, da unten ist ein Minenschacht. Da gehe ich gleich rein. So viele Sachen hier. Von wem da ist ein Zombie. Also ich gehe jetzt erstmal hoch und mache mir eine Eisenrüstung. Ein neues Eisen. Ja, ich gehe erstmal hoch. Tschüss. Oh, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Das ist aber auch nach. Das ist noch besser. Was? Zum Fack. Wow. Wow. Nein, mein Schwerst ist gleich kaputt. Ich nehme hier gerade nicht alle hart auf den Sap. Wie viele große Bäume wachsen können, da nicht mal kleine Ware. Oh, mein Hund. Moment. Ich habe mich mal... Oh, ja, mein Hund. Ja, mein Hund. Ein bisschen. Ja, dann stopp ich mal eben kurz die Aufnahme. Ja, das ist ja,